Jesus Christus, ich komme vor deinem Tod, so wie ich bin, mit all meinen Problemen und all meinen Sünden. Ich weiß, dass du mich liebst. Deshalb treffe ich jetzt diese Entscheidung. Komm, ich komme tief in mein Leben. Ich brauche dich. Wasche mich rein zu deiner Kostmann-Glut. Ich öffne dir die Tür meines Herzens und nehme dich als meinen Herrn und heil an. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Gott in Person, dir alle Macht gegeben ist. Dass du für meine Sünden gestorben bist und am dritten Tag aufgestanden bist. Ich danke dir, Jesus. 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 Mir hat er dir, was mir passiert. Oh, danke. Warum? Sende mir bitte den Heiligen Geist, der mich fühlt und leidet, der mich transformiert, der mich transformiert, so wie du mich haben möchtest, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, Amen.